Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt mal wieder ein neues Gerücht rund um einen neuen Teuter und mal wieder geht es dabei um Finn Dahmen. Denn der Mainzer Keeper will ja unbedingt Spielpraxis sammeln, zu neuem seine Nummer 1 werden und wir Schalker suchen ja eine neue Nummer 1. Und mit Mainz, seinem Stammverein, hat der 24. ein Modell ausgehandelt, was für alle Beteiligten dort zumindest Sinn macht. Denn sein Vertrag, der nur noch ein Jahr läuft, wird höchstwahrscheinlich verlängert, wodurch Finn Dahmen dann eben auch nächstes Jahr ausgeliehen werden kann. Aktuell sieht man nämlich auch in Mainz keine große Chance auf eine wirklich gute Ablösesumme, wodurch es eben dann auch eher auf eine Laie hinauslaufen kann. Und jetzt im Zusammenhang erwähnt die Bild-Zeitung auch mal wieder das Gerücht um einen Wechsel zu einem Schalker. Aber laut Sky, wie auch laut der Watts, sei da nicht allzu viel dran. Zumindest schreit Andreas Ernst, der Watts-Reporter auf Twitter, da wieder darüber diskutiert wird. Torwart Finn Dahmen S04, der Verein dementiert das erneut. Und meiner Meinung nach macht das auch Sinn, weil Finn Dahmen für mich nicht der gesuchte Keeper ist. Er ist prinzipiell ein spannender, junger Keeper, aber betont wird auf jung und unerfahren. Ich glaube, ein Schalker würde ein Torwart helfen, der vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre Stammkeeper irgendwo ist. Natürlich aber auch günstig zu haben ist, aber vor allen Dingen auch langfristig bleiben kann. Sollte man jetzt Finn Dahmen nur für ein oder zwei Jahre ausleihen können, vor allem auch ohne Kaufoption, ist mir das Risiko viel zu groß. Weil du einfach gar nicht weißt, wie gut ist Finn Dahmen wirklich. Bislang hat er einfach noch nie wirklich konstant im Probifußball gespielt. Und da wäre mir das Risiko zu groß, dann würde ich eher auf souveränere Namen zurückgreifen, wer auch das immer sein mag, als auf Finn Dahmen. Aber natürlich kann das noch eine Option sein. Aber wie gesagt, Schalke dementiert das Stand jetzt auf jeden Fall erneut, wodurch das Finn Dahmen-Gerücht wahrscheinlich in der Welt bleiben wird. Bis Schalke entweder nur einen Keeper hat oder Finn Dahmen einen anderen Klub gewählt hat. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.